So, weiter geht's mit Chivalry Medieval Vafare. Ich hab grad meine geilste Killing-Serie verpasst. Ach jetzt? Ich hab sieben Leute umgebracht in der Aufmerksamkeit. Nein, das sagt er nur so. Glaubt ihm kein Wort. Der bringt in seiner Freizeit Kätzchen um. Ja. Was machst du? Ja. Scheiß Kätzchen, ey. Scheiß Kätzchenhunde. Ja, der lauert bei dir auf und naja, du weißt, was dann passiert, wenn er Hunde umbringt und bei dir auflauert. Ich musste, als er hier war, die Hunde an den Ofen kettchen. Und dann kann er selber einfach in den Ofen stecken. Ja, das wäre mir noch lieber gewesen, aber das wollte er nicht. Weißt du, das wollte er dann nicht. So wichtig war er mir dann doch nicht, der Rehnbert. Rehnbert macht hier Teamkill, das seh ich gerade. Ja, hab ich gerade getan, es tut mir leid. Team Kamerad. Und Captain Canelius Quan schaut ordentlich auf Pantipot herum. Ja, ja, wir battlen uns die ganze Zeit ein bisschen hier. Aber ich nehm jetzt auch mal einen Speer, glaube ich. Und Speer auch. Because awesome. Get my bag. Was? Ihr habt das ja schon voll zerstört hier. Destroy Uranus. Destroy your own anus, ey. Die machen alle so lustige Geräusche. Ist nur in deinem Kopf. Captain Cornelius Crunch. Dosenbierdose macht ja so Teamkills, aha. Hat der doch gar nicht. Doch. Ich seh das nicht. Ich seh das nicht. Ich sah das. Seh ich nicht. Oh ja, jetzt. Gerade hat er King Mairig gekillt. Der dreckelige. Der dreckelige. King Mairig oder Dose? King Mairig natürlich. Natürlich. Alter, ey. Any Mairig kann appear good while using North. Die reden die ganze Zeit über Skyrim. Was ist denn los mit denen? Vielleicht sind sie auf Skyrim geblockt und dürfen nicht mehr. Auf Skyrim geblockt werden. Das ist auch... Natürlich, äh, na gut, äh, vielleicht bei The Elder Scrolls Online. Aber sonst, äh, nein. Ich glaube auf Skyrim Climb werden nicht geblockt werden. Ich spiel das ja nicht. Ne, ist ja Singleplayer. Das wäre echt scheiße, wenn man da geblockt wäre. Wenn man in jeder Stadt ein Häh... Hä? Ne. Ein Mädchen killt. Dann bist du sowas wie geblockt. Machen wir Let's Play zu Skyrim, Panty. Ja, ich hab ja Zeit. Ja, eben. 400 Millionen Folgen. Ich guck's mir auch nicht an. Ich bin übrigens hinter dir. Dreh dich nicht um. Au. Dreh dich. Der bleibt schon in meinem Feuer stehen. Ich hasse Cornelius Crunch. Ich hätte ihn getötet, wären die Clowns nicht gewesen. In deinem Kopf, die? Ja. Die irischen Clowns in meinem Kopf. Hä? Hä? Der hieß Irish Clowns. Ach so. Haya! Wo seid ihr? Ich geh wieder. King Marek! Ganz echt, die Leute hier haben aber auch alle eine Ausdauer von, was weiß ich, einem Marathonläufer oder so. Dauersprinten geht hier aber auf jeden Fall. Au. Hey. Bis die Ausdauer weg ist. Also beim Sprinten geht bei mir keine Ausdauer weg. Ich brenne. Schattend. Au. Das hast du verdient. Ich hab grad einen Bogenschützen genommen, hab die Waffe gewechselt. Jetzt darf ich den nicht mehr nehmen, weil jemand anders schnellt. Wie bei uns jemand im Spawn ist. Oh, Irish Clowns, äh... Naja. Ja. Schade. Mhm. Und das ist immer noch kackig. Ich war ja ursprünglich bei euch im Team, aber es sollte nicht sein. Voll scheiße, ey. Voll scheiße. So wie unser Team. Das ist auch voll scheiße. Ja. Ranger Sick ist der König. Ranger Sick? Heilkönig Ranger Sick. Ah, das ist dieser krasse, der... Der bärtige Barbare. Aller rennen raus, ich renn rein. Damit man bloß keine Action sieht bei mir. Oh, ist auch mal gut. Was macht der da? Au. Mann, das war voll der Trefffeil. Au. Aua. Mann, oh. Hier hat Cornelius Quatsch mich gerechtet. Danke dafür. Mann, ey. Krieg brechen, ey. Krieg einfach brechen. Wir schaffen es niemals, den 6 Minuten gegen... Boah, verpiss dich doch, du Dämlicher, Dämlack. Wo zum Teufel sind wir denn hier? Jo. Läuft, würd ich sagen? Hm. Nein, 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 nein. Das ist das Geräusch, was man macht, wenn man stirbt. Ich hab ihn verbrahend, ich hab ihn verbrahend. Drück mal L. Ach nö. Achso, vielleicht anders. Wie scheiße die rennen. Jo, das war's schon. Das war total erfolgreich. Victory. Ich hab 12 Kills. Oh, ich nur 10. Panty, dich fragt keiner. Ich hab 26. Dich fragt keiner. Und ich verkropp, verkropp, verprügelt den König. So, Team Rot, würde ich sagen. Damit auch die Alten unter uns sich das merken. Wir müssen übrigens mal gucken, liebe Freunde da draußen an den Empfangsgeräten, wie wir das raushauen hier, diese Folgen. Ja. Ich würd sagen, die letzte zuerst. Okay. Ich glaub, die Mission ist neu. Wer hat denn da grad so schäbig geweint? Ich bin ganz traurig. Und wieder wählt der Dosenbierdose das andere Team. Ich kann nicht wählen gerade, weil er bis jetzt gerade geladen hat. Achso. Das könnte auch daran liegen dann. Ich kenne diese Map nicht. Ich hab die noch nie gespielt. Hm. Kann aber auch nichts anderes wählen. Das ist doof. Hallo. Ich peil mich schon langsam. Warum lädt das so scheiße langsam? Mein Internet ist doch nicht so schlecht. Offensichtlich schon. Lass mich durch. Ich habe eine Fackel. Ich werde sie benutzen. Du musst nicht direkt daneben stehen. Achso. Aber schön, dass Blinky mich erschossen hat. Oh, Blinky schießt sich selbst mit Pfeil. Erst hat er mich mit dem Pfeil erschossen, dann sich selbst mit dem Pfeil. Verschwindeldosenbierdose. Mann. Au. Aua. Du kannst die Fackeln sogar verdammt weit werfen. Okay. Fackelnweitwurf. Jetzt auch bei den Olympischen Spielen. Ja. Schön, wie ich das gerade gesagt habe. Man kann die auch verdammt weit werfen. Dann werbe ich und die wirft der irgendwie so drei Meter. Scheiße. Ich stelle mich lieber direkt daneben. Und alle hopp. Das ist ja eine zündende Idee Rainbird. Oh. Jetzt musst du diese Schwarzen einblenden. Die so. Weiß schon. Ja. Das war ich. Dead Gang Rape. Ah, ja. Breach Castle Wall. Ja, dann wollen wir mal die Castle Wall breachen, oder? Au. Der Reichsgott hat mich umgebracht. Wer? Erzähl mir das. Wer weiß ich den Reichsgott? Der Reichsgott. Ich habe Reichsgott verstanden. Ja, ich habe gerade darüber gerne nachgedacht, ob man das möglicherweise verstanden hätte können. Nein, nein. Keine Sorge. Oh. Was ist das hier für eine Map? Wir laufen hier in einer riesen Höhle rum. Ich glaube, wir sind bei Erra zu Hause. Wahrscheinlich. Oh, ein Grieche. Was? Ja. Ich sagte O, ein Grieche. Ein Griechisch, äh, ein Namen aus griechischem Buchstaben. Ich, äh, assoziiere einen Griechen. Weiß ich nicht. Hier in meinem Team irgendwo. In deinem Team? Leucht gerade bei mir rum. Cervezas. Ja, das... Wenn man das griechisch lesen würde, stünde da... Also das S gibt es schon mal nicht. Das E gibt es. Das R gibt es schon mal nicht. Das V wäre ein N. Das E gibt es. Das S gibt es schon mal nicht. Das A gibt es. Das S gibt es schon mal nicht. Das sind keine griechischen... Das ist kein Grieche. Gut, ich habe das aber auch nur für den Bruchstein einer Sekunde gesehen. Und, äh, nur das, äh... Quatsch, keine Opa. Du hast einfach einen Fehler gemacht auch mal. Kann man diese Blume hier eigentlich... Oh, die Blume hat gerade mal einen Schlag pariert. Blume? Das ist so eine sehr auffällige Blume hier. Wolltest du die gerade einsammeln? Ja. Für einen Trank? Einen Heiltrank brauen. Okay. Ja. Und wonach schmeckt der? Nach, äh... Listerine. Hm. Geil. Ja. Warum? Weil das auch die Nebenhöhlen durchpustet. Cornelius Crunch, man. Aua! Aua! I'm not a soldier. I'm just lost in the Abtelfield. Abtel. Abtelfield. Vigor hat mich getötet. Abtelfield 3 gibt's ja auch. Ja. Total geil. So, ich glaub ich köpfe den hier einfach. So. Wenn man auch mal ein bisschen Action bei mir seht, wie ich Leute köpfe, dann muss ich die Leichen nehmen. Die hier so rumliegen. Boah! Boah! Hey, das war meiner. Drecksack. Hier könnte man sich doch als Bogenschütze hinstellen. Dosenbierdose! Aaaaah! Wirklich bist du der einzige blinde Soldat bei euch. Und ich krieg die ganze Zeit Pfeile in den Arsch, ey! Mann! Hilfe, Freunde! Hilfe! Du schießt dich ab! Ne! Ja! Weißt du, ich... Ich, äh... Es macht einfach keinen Spaß. Lief jetzt, ne? Tööö. Ja. Captain Cornelius Crunch ist bei mir im Team. Ja. Er hat mich eben umgehauen. Das verwirrt meine ganze Welt gerade. Ich möchte ihm auf die Schnauze hauen. Ich guck ihn die ganze Zeit an, aber er guckt nicht zurück. Deine Nicke werden nicht erwidert. Deine Liebe auch nicht. Du wirst einsam und alleine sterben müssen. Oh. Okay. Aua! Haha! Au! Ey, was die hier... Was, was, was... Warum seid ihr denn so viele hier? Und wo sind unsere Freunde? Wir haben Freunde? Ich hoffe, ihr habt viel Freude, Freunde. Ah, jetzt noch nicht. Also... Jetzt werden sie das noch nicht gehabt haben. Bei mir eh nicht. Ich habe nicht zugehört, was ihr gesagt habt. Das war bestimmt total lustig, aber... Ja. Nein, war es nicht. Okay. Eher traurig, meinen sie? Ja. Du bist tot. Alter, ey. Was bin ich? Tot. Nee, bin ich gar nicht. Ich lauf hier rum, siehste. Siehste? Rainbird lügt. Ich hab den getötet, der dich getötet hat. Oh, vielen Dank. Du bist beehrt. Dann wurde ich wieder von Igor getötet. Igor Bora. Igor Bora. Hahaha. Ja, Dose. Hast du denn auf deinem Kanal sonst irgendwas FPS-mäßiges, außer Chivalry? Wahrscheinlich das Projekt, das ich jetzt hierfür pausieren werde, wenn ich das hier... Wenn wir das hier raushauen. Ach, du pausierst was für uns? Ja, extra für euch. Au. Hahaha. Der dreht sich aber auch scheiße. Ich möchte kotzen. Ein bisschen kotzen. Kotzen, kotzen. Wie haben wir es überhaupt geschafft, die Mauer einzureißen? Die Mauer muss weg. Durch die Kraft des Volkes habe ich mir die Mauer abgerissen. Irgendjemand haben sie niedergesungen. Jo. Eigentlich eher alleine. Mach das denn so einen Villager umzubringen? Hahaha. Ja, für dich total. Weil das Unsorb... Unsorb? Hä? Wurde geköpft. Achso. Mit... Ich kann da nicht mehr sprechen. Ich habe mich gerade ein bisschen bewegt. Der Reißgott bewegt sich nicht mehr. Komm, ich trete den mal weg. Komm, beweg dich, Reißgott. Help. Help. I need somebody. Help. I need any Grapist. Hey. Ich tötete die irischen Crowns, Clowns. Mach mal. Tu es. Oder er tötet mich. Nein! Der Swordmaster. Aber der Jew hat mich gerecht. Das ist gut. Nein, das ist gut. Oh! Ja, das ist schon ein Verrückter, den wir uns hier geangelt haben. Tut mir leid, aber ich war völlig fasziniert davon, als ich gesehen habe, dass du einen YouTube-Kanal hast. Das wusste ich nicht. Was mich irgendwie gewundert hat, dass du das nicht vorher wusstest. Vor allem nachdem, ja, nachdem wir uns auf der Gamescom sagen, wir zufällig über den Weg hinaufen sind. Wie, du wusstest nicht, dass er einen Kanal hat? Ich wusste nicht, dass... Nö. Panty. Ich dachte, er wäre nur ein treuer Follower. Oh, Mann. Das bin ich nur Teilzeit. Ja, weiß ich. Jetzt. Jetzt weiß ich das. Ich gucke ja sogar Sachen bei dir. Anders als beim Rain-Bild. Beim Rain-Bild habe ich am Anfang noch Sachen geguckt, aber jetzt möchte ich seine Stimme nicht noch in meiner Freizeit hören. Nee, das kann ich verstehen. Der haut mich gerade. Der mag mich nicht. Der haut mich. Och ja, leck mich am Arsch einfach. Kopfschuss für, äh, Panty-Butter. Tötet den König. Läuft. Also ich finde, ich habe verdammt viel schon beigetragen zu der Schlacht. Und ich, äh, zwei Kills. Ich habe neun. Oh, ich habe einen. Du spielst voll scheiße. Ja, ist es auch. Du willst es doch immer spielen. Ich will es immer spielen, was? Ja, du musst, du musst hier sein. Ich möchte, ich möchte nur bei euch sein. Ach so. Wir ist eigentlich scheißegal, was wir spielen, ja? Nee, das nicht. Das ist ja nun nicht. Das stimmt aber, das ist ja nix. Richtig, da würde ich es euch nicht mitmachen. Wolltet ihr zwei nicht noch ein Projekt aufnehmen? Ich dachte, du hast, du machst da mit? Ich weiß nicht, ob ich da Geld für ausgebe. Ich dachte, du hast schon die 1,90 Euro ausgegeben. Nee, das sind nämlich 4 Euro. Ach so. Ja, dann ist natürlich, äh, gar kein Fall. Ha 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 ha! Au! Ich habe auf meinen Moment gewartet. Ach so, ja, nee, dann hätte ich die Dose ja schon mal nach einem Termin gefragt. Ich dachte, wir warten dann noch auf dich. Ach so. Aber wenn du nicht dabei bist, dann, äh, wahrscheinlich nicht. Nach dem Spieletitel geht es dabei kräftig zur Sache. Jupp. Au! Hört sich nach Zwang an. Ha! Au! Ich bin nur ein Bogenschütze. Ich mach sie alle lang. Ein kleiner Bogenschütze. Ich wollte mal Hallo sagen. Ich auch. Hallo! Hallo! Oh! Au! Yeah! Ja, nice! Au! Wollte ich grad so voll cool in die Fresse treten, oder? Voll cool in die Fresse treten, ey! Gleich treffe ich dich, Thomas. Rainbird. Gregor Ong. Player has left the server. Ja! Ja? Ja! Oh. Ich habe keine Pfeile mehr. Aber ich verstehe dich. Aber ich verstehe dich. Irgendwo Pfeile? Hallo? Weißt du, wie das bei solchen Spielen ist? Immer dem Pfeil voll und dann findest du auch was. Ich ersteche sie einfach. Das ist mir scheißegal. Ich bin ein Bogenschützer, aber ich pfeife drauf. Hallo? Hilfe? Hilfe? Gebt mir bitte. Gebt mir bitte. Yay! 20. Gib mir. Mann, da hat den jemand schneller weggelegt. Ach, da ist der King! Wo ist der King? Oster King. Gott, save our gracious King. Mann, den habe ich doch getroffen. Ach, den habe ich sogar getroffen. Getroffen! Yay! MLG! Wer hat den König erschossen? Wer hat den König erschossen? Wer hat den König erschossen? Wer hat die meisten Kills von uns dreien? Deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter. Da habe ich den King erschossen. Ich möchte weinen, meine Freunde. Das ist ein guter Zeitpunkt, jetzt die Folge zu beenden. Ja, tatsächlich. Okay. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.